Herzlich Willkommen bei HeisenMädels Knappe Sachen Livestream hier auf der PlayStation 5 Spiel Arias 4 mit dem Spiel Zenran Kaguran Birth Revival ein Spiel was ich lange nicht mehr gespielt habe deswegen durch mich jetzt mal schon vorher schon mal entschuldigen wenn ich jetzt ein bisschen am Anfang ein bisschen verkacken werde wahrscheinlich oder so keine Ahnung ich weiß es nicht aber wir lassen uns einfach mal überraschen und ja wir werden auf jeden Fall dort weiter spielen wo ich mal aufgehört habe in der Storyline natürlich und ich würde sagen wir starten direkt durch und wir laden den Spielstand falsche Tasse da irgendwie alles mit Kreis aktivieren muss auch beim Laden mit X das ist irgendwie lustig ja laden doch doch alles mit Kreis hallo das Spiel will mich verarschen gerade ein bisschen so jetzt haben wir es endlich ja mein Name ist ChristianAnsher3000 und ich begrüße euch natürlich hierbei am Sonntag einfach mal bei den spontanen HeisenMädels Knappe Sachen äh Dingsspiel was ich lange nicht mehr in die Augen hatte äh sagen wir so ich habe das ewig schon in mein Regal drin aber dann habe ich mir einfach heute mal überlegt komm lass uns mal wieder starten hier ach das was eigentlich normalerweise meinen YouTube Kanal ausmachte aber hey ähm wir sind ja auf Twitch Live Chat ist auch am Start ihr könnt gerne schreiben kommentieren und wir gucken mal was wir machen können let's go so wir haben hier mehrere Kapitel die auswählen können wir können erstmal rein schnuppern was wir überhaupt denn überhaupt machen müssen wir haben das mal abgeschlossen dass die haben wir abgeschlossen da sind wir noch daran da müssen wir noch durch da haben wir das auch schon mal ganz kurz gucken gehen wir mal kurz zurück ach so das ist ja schon im Endeffekt da geht ich ja automatisch nach unten ja haben wir schon einige Maps hier zwei bis drei haben wir auch schon abgeschlossen da müssen wir erstmal ein bisschen runter scrollen von der Schule aus wo wir gerade arbeiten ich denke mal da sind wir doch eigentlich hier unten ganz gut am Start müssen wir mal gucken fünf von acht da okay wir haben wahrscheinlich noch nicht alles completed ähm wir können ja mal ganz gucken ob wir hier paar Nebenquests machen können ja da haben wir auch noch was zu tun ich würde sagen wir starten einfach direkt durch letzte Go und schauen wir mal wie weit wir kommen wir spielen noch ein bisschen auf einfach äh erstmal um reinzukommen dann können wir immer noch die Sterne erhöhen für einen weiteren äh sozusagen Schwierigkeitsgrad aber gucken wir erstmal was uns herwartet unser Gegner mal gucken ob ich es noch hinkriege so sagen wir sind schon schwer Geil ist es noch... okay ja... naja... die T-Nation ist alles können wir seh man besser Schnau... ...dessen! Okay... Ich glaube, dass ich das nicht verstehe... ...dessen... ...dessen... ...dessen! Ich weiss! Ja, ein bisschen. Ich bin tot los. Ich bin tot los. Ow, 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 ow. Und 12 Okay, okay Nixar Ne 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 Ah, voll Mann Ich weiß nicht Okay Mission complete Oh, und jetzt geht noch weiter Nein, okay Na dann Oh, 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 oh Ich muss jetzt mal wieder verstehen, wie er von Flocken Hm 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 Das ist ja das Ninja Wars sozusagen Was da existiert Alles klar Oh 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 Okay, der zweite Gegner besiegt. Sehr schön. Haben wir das auch mal absolviert. Und wir haben ein bisschen Punkte bekommen, Währung, dass man dann was verkaufen können. Okay, gehen wir natürlich weiter. So, da hätten wir auch noch was zu tun. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben letztes Mal das abgeschlossen. Dann könnten wir ein Befekt das hier machen. Aber vielleicht können wir ja mal die Charaktere wechseln. Äh, halt. Ja, egal. Jetzt hab ich die falsche Taste verwendet. Verdammt. Aber egal. Jetzt kriegen wir schon hin. Ja. Oh. Kai ist es so. ich habe mich angezogen ich habe mich angezogen das war da neben mir ok 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 ich kenne mich gar nicht von mir ich habe die vorigen teile alle gespielt aber das gefahrt noch nie war wie so der fall kann mich nicht erinnern dass sie sich so groß machen konnte Okay. Jetzt noch was Neues. So, habt den nächsten Gegner. Hey. Na komm her. Ne, es hat geblockt. Ob ich die Grafik verändert hat? Ob ich die Grafik. 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 Und nochmal ein bisschen Geld. Sehr schön. Da haben wir jetzt nicht viel bekommen. Ja. Dann wieder zurück. Sollen wir ja mal gucken, was wir als nächstes machen müssen eigentlich. Fünf von acht. Das haben wir glaube ich schon abgeschlossen. Ich habe aber glaube ich fast gesehen, was wir noch nicht abgeschlossen haben. Muss ich mal kurz durchswitchen. Da haben wir das. Da haben wir das. Aber wir wollen mit Charakter wechseln. Wer haben wir denn hier noch Level 20? Level 1. Boah. Level 6. Level 28. Level 1. Level 12. Level 23. Level 14. Level 20. Hmm. Nehmen wir mal die. Oder? Okay. Alles passt. Let's go. Ab ins Klassenzimmer. Mateo. Ich habe mich über die Hanzo-Karte in die Welt nicht wegen des Geheimen. Ich bin der Hauptmanns-Karte mit der Hanzo-Karte. Ich werde mich über die Hanzo-Karte für die Hanzo-Karte. Ich werde mich über die Hanzo-Karte anpassen, was ich bin der Hanzo-Karte. Da gibt es keine Videosequenzen, aber schöne Bilder, kann man ja nicht meckern. So, da wie so alles nur Text ist, können wir das einfach mal überspringen. So, da wie so alles, dass ich mich nicht mehr fühle, kann man sich nicht mehr fühlen. So, da wie so alles, dass ich mich nicht mehr fühle, kann man sich nicht mehr fühlen. So, da wie so viel passiert ist, Haruka? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr fühle, dass ich mich nicht mehr fühle. Sie sind nicht mehr fühlen, weil ich es nicht mehr fühle. Ich habe mich nicht mehr auf die Rehaufnahme gezwungen und glaube, dass ich mich nicht mehr fühle, will ich mich nicht mehr sehen. Ich habe mich nicht mehr von mir, wenn ich mich nicht mehr fühle, wie ich muss. Was ist Kiel? Sie sind alle ein Team, was ich? Mein Ziel ist, dass die DASCH-Kiel DASCH-Kieler der DASCH-Kieler. Wenn du das nicht verletzt, dann kannst du es nur ein Team machen. Ich kann es alle wissen, dass du... So... ...そんな... So, dann gehen wir! Ich habe versucht, das Gerät zu geben, das Gerät zu geben. Nun, da kommen wir wahrscheinlich nicht lang, aber man kann ja mal gucken, was es so schönes gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwas zum einsammeln. Ah, das hat sie schon mal gelungen. Okay, da ist Tagaster. Da komme ich nicht rein. Da geht auch nichts abends. Okay, also dann gehen wir in diese Richtung. Hätte ja sein können, dass es ausgeht. Ah, das ist ja. Ah. 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 Huh. Ah. 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 nochmal Gegner wo willst du denn hin? hier ist der Kampf ok die Frage ist nach oben oder nach unten? oder ging das automatisch jetzt? wahrscheinlich schon die 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 auch erfolgreich kommt nicht lang Okay, also musken hier rein. Mhm. Gut zu wissen. Kompleted. Ja. Sie sind alle. Was ist das? 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 Mirai, Sie haben keine Schocken. Sie müssen schnell zurückkommen. Ja. Ja. Mirai, Sie müssen in den Hagen gehen. Sie müssen nicht mehr wegschrauben. Sie müssen wegschrauben. Sie müssen wegschrauben. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, Sie sind in der Hagen. Sie werden sicherlich. Ihr seid ihr, ihr seid ihr! Hm... Noch mal ein bisschen was dazu verdient. So, wir gehen noch mal zurück. Anderen Charakter, weil mit dem ist es Katastrophe. Das ist ja schlimm. So... Gucken wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Hm... Da... Da sind wir stehen geblieben. Ich stelle da schon alles durch. Ne, hier. Eins von sechs. Sind ein paar neue aufgetaucht. Wie sollen wir das noch nicht abgeschlossen haben? Ich verstehe es nicht. Gut, egal. Wir machen das einfach mal. Wir haben ja nur eine kleine Auswahl von Charakteren. Ja... Ja... Die wären ja auch nicht schlecht gewesen. Und die ist dumm. Nehmen wir die. Dann gehen wir. Ja... Das ist ein Jahr langes. Wir machen die Anstabler. Wir machen das nicht. 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 Ah, die hat ja auch noch Hunger. Geht ja mal gar nicht. Geht ja mal gar nicht. Geht ja mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich habe mich verletzt. Ich habe den Hügel geklaut, und ich habe den Hügel nicht geklaut. Ich habe den Hügel geklaut. Ich habe den Hügel geklaut. wir können ja mal ein bisschen herausforderung machen wir können ja mal einen neuen charakter nehmen die wir noch gar nicht gelettet haben verkehrt gucken wir mal also das haben wir das haben wir noch nicht und das ist eins von drei also dann können wir gerne mal einfach mal just for fun ja normalerweise ein bisschen mit dem charakter spielen hier nach der story aus aber ja egal mal gucken ob ich das jetzt besser ob ich auch so gut ab liefern kann mit level 1 ich weiß es nicht auch nicht die schuhe hat es ja stimmt ja 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 Oh, du hast doch ganz gut angefühlt, hättest er. Oh, du hast doch hier. Und ich sode. sie rennt weg das ist doch mal stehen ja große schuhe hat sie viel zu große schuhe sind die wahrscheinlich nicht von zalando und noch mehr geld zurück nehmen wir den anderen charakter so dass es die erst noch nicht hat aber gut so so mal gucken wie es mit ihr zu kämpfen war so 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 Oh, die Ausbildung ist vorbei. Oh, ich muss mal weiter. Hat ein bisschen Spaß gemacht. Oh, ich muss mal weiter. Ich lasse mal ein bisschen die Stimmung genießen, der Musik. Deswegen bin ich gerade ein bisschen schweigsam. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ich muss das mal überspringen hier. Es wird Zeit zum Kämpfen. Keine Zeit zum Quatschen hier. Und Action. Oh, die. Vielleicht die Erinnerung. Oh, das stimmt. Oh, das geht um mit mir. Hahaha Ich komme da nicht ran wegen dem Kreis Felsen, ok alles gut. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut macht. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so gut gemacht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich werde ja machen. No, ich werde das nicht. Oh, 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 oh. Kleine Auswahl hier auf der Seite der Schule. Oh, 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 oh. Okay. Okay, das war's. Okay. 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 Nice. Okay. 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 Wenn man wieder reinkommt in das Spiel. Erstaunlich. Schon hart. So, wie überspringt das hier mal wieder? Zwei Minuten. Nice. Und der wird 30. Haben wir der Geld? Hehe. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Gucken wir mal, ob wir die Schule wechseln. Und nochmal schauen, ob ich das hinkriege. Die Sonne, wie kriege ich dazu? Okay. Eieieieiei, das ist der Shop. So, wie sieht es denn aus? 17 habe ich hier. Noch einiges, was ich noch freischalten muss. Definitiv. Okay. Achso, ja, Kleidungsgeschäft brauche ich ja momentan nicht. Also Kleidung umgestaltend, da ich ja nichts habe, wie ein neues gekauft ist. Können wir eigentlich hier zurückgehen? Und zum Shop gehen? Mal gucken, vielleicht können wir ja auch schon was kaufen. Ja, meine Idee. So, wie Klamotten oder so. Ja, da haben wir noch ein paar neue dazu bekommen. Accessoires. Okay, Quellen. Auf jeden Fall noch einiges. So wie hier Filmchen. Bilder. Können wir mal eins kaufen. Was machen wir mal? Können wir mal gucken, was mal falschen ist. Hm. 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 Hmm. Aha. 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 Okay, alles klar. Gut, 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 gut. Alles gut. So, wir haben auf jeden Fall hier von 41 von 41. Hier haben wir vier von 41. Jetzt hoffen wir vielleicht mal rüber gehen. Da weitermachen. Ja. Gucken wir mal. Oh, das sieht ja schon ganz anders aus hier, ne? So, das haben wir. Eins von zwei haben wir nicht. Eins von vier. Wir sagen, machen wir einfach das hier. Aber wir nehmen mal einen ganz neuen Charakter. Ah, wen können wir denn nehmen? Ja. 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 alles klar ja wie das aufhören dass der attacke ist schon ein bisschen blöd gemacht sonst ist Waffenkochnecht nicht so gut aus, also interessant größere Schärmen, also zwei Schärmen oder Flügel, wie man das bezeichnen kann wer weiß das schon ok, das hat meine Herzens ausschalten würde ich sagen genau deswegen ja 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 ist nicht verkehrt, aber schwierig sag ich mal so aber das kriegen wir schon wieder hin ja doch jetzt mache ich mal zurück und dann gehen wir in ja's haben wir nicht das gerade gemacht? Nicht das haben wir gerade gemacht. Nur das ja. Let's go! Rechts unten, das ist verboten. Das war verboten. Definitiv. Ja. Ja. Scheint kein fester Charakter gewesen zu sein. Und wieder hier. Oh. So, haben wir das auch eingesammelt, gucken wir mal, ob wir vielleicht auch mal wieder an so einen Schattenwesen kämpfen, wäre ja mal interessant, aber das glaube ich eher weniger. Oh, da kann ich sein, frage ich, warum komme ich da hin? Nein, komme ich nicht. 'sch es? Sie sehen ja immer, wird ja. 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 Das geht ja. Das ist schon mal weg. Gucken wir mal, ob wir hier noch die Wutströcken machen. Ein bisschen Energie rausholen. Und dann ab bei hinten. Mal gucken, was uns hier erwartet. Au. Das ist jetzt schon. Ah, das ist schon hier. Okay, wir haben's. Mit dem Trophäe. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war schon alles. Hier haben wir uns ein vergessen. Da haben wir auch noch eins vergessen. Alle 3 oder 4. Wir machen die zwei Läser nochmal. Und dann schauen wir mal, ob wir das letzte auch noch finden. ok so gucken wir mal kurz um auto stapel reifen ach ja ich meine reifenstapel Ja, 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 ja. Okay, ähm, darfst du noch nichts sagen. Dann holst du noch die mal mit. Oh, da kommen die nicht mehr genau. Okay, also wir haben das alles. Unsere Aufgabe liegt es darin, dahinter zu gehen, aber ich geh da lang. Ich hab nur das Gefühl, dass da noch was sein könnte. Könnte auch mich irren. Guck ich noch mal ein Item. Hier ist auch nichts. Hm. 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 Okay. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben das eingesammelt. Wir haben das ja jetzt nicht verhallas. Wir haben ja da, ich hab jetzt schon mal. Ich hab jetzt noch mehr. Wir haben das ja gerade差. Wir haben das ja auch. Und zwar noch. Wir haben das zu eingelült. Wir sind jetzt schon mit dem G Fin des Teufels. Mal gucken, ob wir das letzte gesammelt haben. Ich bezweifle es, aber naja, man kann ja hoffen, würde ich sagen. Jetzt, wir haben es, okay, sehr schön, wir gehen zurück, machen wir noch das eigene Level jetzt hier. Wo haben wir das denn? Da hat noch eins gefehlt, das machen wir noch und dann 1,5 glaube ich, oder? Wie weit gehen die? 1,6, 1,5, ich bin gerade unsicher. Das haben wir ja schon gesehen. Ich muss nicht überspringen, ach ja, doch. Wurde schon sagen, geht das nicht. Ich werde es überraschen. Okay. Let's go. Okay. 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 Haben wir das auch? Gehen wir mal gucken, Kisten öffnen. Ne, ist auch nix. Nur Heilung. Hier scheint auch keine Kisten zu sein. Den haben wir als jemand besiegt. Gehen wir mal. Ist der auch weg? Scheint hier nix zu sein. Okay. Gehen wir mal da gucken nochmal. Hm. Wo könnte das letzte sein? Dann müsste es doch ja da hinten sein. Oh ja. Das war's ja. Gehen wir mal. 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 Das war's. Gehen wir mal. Gehen wir mal der achievements So, jetzt können wir ihn wieder besprengen. Raid, Medikin haben wir auf Wofür erhalten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Und checken mal, was die nächste Mission ist. So, 1 von 5. Sonst haben wir eigentlich alles bis jetzt. Nein, haben wir nicht. Also, 1 von 5. Ja, das ist so. Lustig. Ja. Insofern schulefarben, technisch. Okay, mit ihr. Also, manche Missionen sind schon vorgegeben, wenn wir halt gern. Okay. Okay. Oh, okay. Das ist jetzt für Gegner. Ok, aber auch schießt haltet Nein So, ich muss halt links, aber ich genauer 1, 3 brauchen wir 2 sehr schön die Schuhe sind einfach ganz komisch ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll ok, das bitte ich habe auch perfekt in der Werke ja, haben wir doch alles completed die Schuhe sind einfach die Schuhe sind einfach Alle drei. Und neue Sachen freigeschaltet. Musik. Sehr schön. Aber irgendwann geht der Skate aus und dann kann ich mir nichts mehr kaufen. So, wir checken mal ganz kurz die Lage. Ob es noch eine weitere 1, ja 1, 6 gibt es hier noch, genau. Ich glaube das war es dann glaube ich. Checken wir einfach mal. So, let's go. Ab zur letzten Mission für diese Session hier. Denke ich mal. Oh. Also erstmal alle Kisten machen. Bevor man irgendwie jemand rankreift. Dann erscheinig ist es nicht billig dabei sein. Aber ich glaube statisch. Oh! there! bother! kyouinen? ich wov ven? Ok. Jetzt bist du dran. Nyaa Oh! ok dass man damit abschließen habe ich gedacht okay das hatte sie nicht an da bin ich mir hundertprozentig sicher und noch mehr musik so wir gehen erstmal einmal zurück jetzt müsste eigentlich normalerweise kapitel also 2 und 1 freigeschaltet sein denke ich mal es gibt noch 1 7 ok gibt es auch noch gut 1 7 wie viel gibt es hier 2 ok ich dachte also ich will die einzelreihe auf jeden fall hier mal abschließen definitiv abschließen die einzelreihe schwarzen so Das war's. Das war's. Das hat die hier gepresst. Das war's. 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 Das war's.